Einen wunderschönen guten Morgen, liebe AR-Trader. Heute launchen wir einen AR, einen neuen AR. Und das ist ein AR, der Portfolio-Gewinnziele automatisch überwacht. Nehmen wir zum Beispiel an, Sie haben ein Portfolio über mehrere verschiedene Assets, um einfach Ihre Marktsituation, Ihre Markteinschätzung nicht nur auf einem einzigen Asset umzusetzen, sondern auf einem Portfolio, was natürlich sehr viel Sinn macht, um Risiken zu streuen und dennoch die Gewinnchancen bei sich zu behalten. Und ich habe jetzt mal so ein Portfolio aufgebaut, wie auch im Blogpost zu sehen. Euro Schweiz, Euro-Dollar, Bund Future, der spanische Aktienindex, der deutsche Aktienindex, Gold und dann noch eine Limit Order in der Deutschen Bank. Und ja, da sagen wir mal jetzt zum Beispiel, wir hätten ein Gewinnziel auf Portfolio-Basis von 200 oder 250 Euro. Das ist jetzt noch nicht erreicht. Dann, und wollen gleichzeitig nur maximal 100 Euro verlieren in dem Deal, dann können wir jetzt hier diesen nagelneuen MFX-Gewinnziel EA verwenden. Wenn wir den jetzt auf ein beliebiges Chart ziehen, ich nehme jetzt hier mal das Euro-Dollar-Chart, weil das wahrscheinlich am meisten Ticks verursacht und damit die Aktualisierung natürlich am schnellsten geschieht, dann habe ich hier die Eingabemöglichkeiten des EAS. Erstmal im allgemeinen Reiter müssen wir das Live-Trading zulassen klicken und dann können wir uns um die Eingaben kümmern. Und hier haben wir jetzt verschiedene G&V-Ziele. Einerseits, ja, den Gewinn einfach in Kontowährung. Hier unser Konto wird in Euro geführt. Dieses Demokonto wird in Euro geführt. Und als, ja, es werden dann alle Deals des Kontos geschlossen, wenn der Gewinn 99.999 als Standardeinstellung erreicht ist. Und das ist natürlich so gewählt, dass es weit genug weg ist, dass, falls mal der EA zufällig da sein sollte, dass es keine ungewollte Schließung gibt. Dann, ja, können wir hier zum Beispiel mal 250 Euro eingeben. Und das bezieht sich auf den Nettogewinn. Also hier bei dem Broker haben wir ja jetzt Commission und dann hatten wir auch noch einen Swap über Nacht. Und also der Gewinn bezieht sich nicht nur auf diese Spalte. Ja, auf die Summe dieser Gewinne, sondern natürlich auch unter Einbeziehung der Commission. Das macht natürlich sehr viel Sinn, weil Ihnen geht es um den Nettogewinn, ne? Also nach Commission, nach Finanzierungskosten und nicht um rein den Kursgewinn. Der ist ja nur ein Teil der Story, ein Großteil der Story, aber nicht die ganze Story. Also haben wir 250 Euro Gewinnziel zum Beispiel und das Verlustziel machen wir mal mit 100 Euro fest. Und ich könnte jetzt noch alternativ einen Prozentsatz, also statt Gewinne in Kontowährung, könnte ich einen Prozentsatz vom Kontostand eingeben. Also wenn ich zum Beispiel sage, nach einem Prozent zugewinnen, hier ein Prozent von 8600 wäre ungefähr 86. Dann wäre, wenn ich hier ein Prozent eingeben würde, das gewinnt sich 86. Und dann würde es, wenn Sie beides nehmen, in Kontowährung und Prozent vom Kontostand, dann wird das geringere gewählt, dass das als nächstes, als näheres erreicht wird. Ja, ich schalte es aber mal aus. Mit Null schalte ich die ganzen Geschichten aus. Also ich mache es jetzt nur mal in absoluten Euro-Werten, in absoluten Kontowährungswerten. So, und dann können wir mal filtern noch zusätzlich. Wir können das Chart-Symbol filtern. Wenn ich das jetzt auf True lassen würde, dann würde der EA nur die Euro-Dollar-Deals wählen. Und als nur alle Euro-Dollar-Deals im Konto. Und das wollen wir jetzt aber nicht in dem Fall. Wir wollen alle Deals im Konto betrachten. Deswegen schalten wir das Chart-Symbol, den Chart-Symbol-Filter aus, indem wir False auswählen, also falsch. Dann beim Magic-Number machen wir auch False, weil wir hier jetzt annehmen, zum Beispiel wenn diese Deals von verschiedenen EAs aufgemacht würden, dann hätten die alle eine verschiedene Magic-Number. Und dann gemischt durch manuelle Deals, die die Magic-Number Null bekommen. Ja, sagen wir mal, ist hier ein buntes Mix an Deals, die wir hier haben. Und wir wollen aber wirklich alle betrachten. Und dann schalten wir natürlich den Filter aus. Wenn wir eine bestimmte Magic-Number betrachten wollen würden, dann müssten wir hier True einstellen und dann hier diese Magic-Number einstellen. Null sind alle manuell aufgemachten Deals, dann werden alle manuellen Deals betrachtet. Und sonst bei anderen EAs lassen sich in der Regel die Magic-Numbers einstellen. Und dann können Sie sie eben separat überwachen. Aber wir wählen hier mal, wie gesagt, Null aus. Und dann haben wir hier noch einen Alles-Schließen-Button. Den sehen wir gleich. Und den können wir hier auf, da können wir noch zusätzlich auswählen, ob wir, wenn wir den Alles-Schließen-Button klicken, ob es dann einen Bestätigungs-Dialog geben soll. True, Ja, False, Nein. Einfach damit, falls wir ihn aus Versehen mal klicken, dass wir da auf der sicheren Seite sind. Und dann kann man ihn noch eben verschieben, auf der X-Achse, auf der Y-Achse, vom rechten unteren Bildrand gerechnet, die Schriftgröße und dann die Farbgebung, Vordergrund und Hintergrund. Sehen wir gleich, wenn wir ihn starten. Jetzt sind wir hier zwischenzeitlich, während wir hier reden, im Gewinn nach oben gelaufen. Ich will jetzt noch nicht, dass der EA sofort das alles schließend ausführt. Deswegen ziehe ich hier mal das Gewinnziel noch ein bisschen nach oben. Ich gehe mal auf die sichere Seite. Das scheint gerade sehr viel Bewegung im Markt zu sein. Also gehe ich mal auf 1.000 Euro. Dann wird es jetzt erstmal auf jeden Fall noch nicht ausgeführt. Einfach nur demonstrativ. Und dann sehen wir jetzt hier, aha, jetzt sagt uns der EA schon mal, der Auto-Trading-Button oben oder Live-Trading zulassen in den EA-Einstellungen allgemein ist deaktiviert. Live-Trading zulassen haben wir aktiviert, das haben wir vorhin gesehen. Aber das Auto-Trading-Button, klar, den müssen wir natürlich noch klicken, damit überhaupt ein EA aktiv sein darf und Deals machen darf. So, und jetzt sehen wir hier, jetzt hat sich ja einiges verändert. Wir sehen den Alles-Schließen-Button. Wenn wir den klicken würden, würden alle Deals, die wir in der Filterwahl gewählt haben, also in dem Fall haben wir jetzt alle Deals gewählt, würden hier geschlossen werden. Und ansonsten, die aktuelle offene G&V ist 404, 414 und so weiter wird hier angezeigt. Und auch der Prozentsatz vom Kontostand übrigens wird angezeigt. Also je nachdem, was Sie dann gewählt haben, das ist im Prinzip die Maßzahl. Gut, und ja, wenn wir die F7 auf der Tastatur drücken, dann kommen wir in die Filterwahl. Hier, das haben wir ja gesehen. Hier könnte man noch die Filter auswählen, wenn wir zum Beispiel einfach nur ein Chart-Symbol wählen wollen oder wie auch immer. Ja, und genau, und jetzt sind wir so weit. Jetzt könnte ich Ihnen mal zeigen, was passiert, wenn das Gewinnziel erreicht wird. Geben wir hier mal 400 ein, das liegen wir gerade drüber, dann müsste eigentlich sofort ein Close-All geschehen. Oder ich mache es mal mit 420, vielleicht wird das dann mit einem Tick. Dann beobachten wir das, wie es jetzt hoffentlich hier gleich drüber läuft. 412, warten wir mal, 412, 418, jetzt sind wir ganz knapp dran. Vielleicht schaffen wir es jetzt, jetzt ist was passiert. Und jetzt sehen wir hier, jetzt hat es hier plötzlich gerackelt. Alle Deals wurden gleichzeitig geschlossen. Und wir kriegen die Meldung Close-All wegen Gewinnziel in Kontowährung. Sechs Markt-Orders wurden geschlossen und eine Pending-Order wurde gelöscht. Ja, also damit sind Sie dann auf der Siedlungseite. Ihr Gewinnziel von, in dem Fall, jetzt haben wir 420 Euro eingegeben, wurde erreicht und alles ist toll. Und Sie können sich dann im Prinzip auf Ihr Portfolio-Ergebnis verlassen und können auch mal eine Pause machen, müssen sich ständig auf dem Screen starren, sondern können auch mal eine E-Mail checken oder wie auch immer, um halt wirklich Ihren Portfolio-Trade ausführen zu können. Schauen wir hier nochmal kurz in das Experten-Log. Da sehen wir auch nochmal genau, was hier passiert ist. Wir haben hier den EA erstmal noch eingestellt mit 420 Euro Gewinnziel. Und dann ging es hier los mit, hier um 16.14 Uhr wurde dann hier alles geschlossen. Der Bund-Future, der Euro-Schweiz, der Euro-Dollar, der spanische, IBEX 35, die CFD, dann der DAX 30 CFD, der Gold wurde geschlossen. Und wir sehen, das Buy-Limit, die Buy-Limit-Order in der Deutschen Bank wurde gelöscht. Und dann hier noch eben die Nachricht Close-All wegen Gewinnziel in Kontowährung. Und dann die Zusammenfassung, die wir auch im Pop-Up gesehen haben. Eine noch wichtige Ergänzung. Sie sehen 16.14 Uhr, das ist aktuell deutsche Zeit, mitteleuropäische Zeit. Mit 15 Uhr, also eine Stunde zurück, ist hier gerade der Trade-Server des Brokers, hier die MT4-Zeit. Aber wie auch immer, Sie müssen natürlich darauf achten, dass auch diese EA, wie auch im manuellen Handel, nur dann Positionen schließen kann, wenn gerade die Handelszeit offen ist. Ja, also wenn hier, wenn es hier zum Beispiel der spanische IBEX ist schon geschlossen oder der DAX ist zu, dann können natürlich Deals, die offen sind, nicht geschlossen werden. Auch wenn zum Beispiel ausgelöst von Euro-Dollar mitten in der Nacht, der, ja, die Gewinnsumme erreicht würde. Das ist noch ein wichtiger K-Wert, den es absolut zu beachten gilt. Ganz klar, also die Handelszeiten bitte mit beachten. Die kann auch ein EA natürlich nicht überreiten. Und zur Sicherheit können Sie die Handelszeiten ja hier nochmal jeweils pro Symbol nachschauen. Wenn Sie hier mit Rechtsklick zum Beispiel auf den Bund-Future gehen, dann sehen Sie hier in Spezifikationen, sofern es Ihr Broker gut pflegt. Und dieser Broker hier, die JFT-Brokers, unsere Broker-Empfehlung übrigens auch, die macht, die pflegt das hier gut und Sie sehen hier Montag bis Freitag jeweils 7 bis 21 Uhr ist hier der Bund-Future handelbar. Das ist die Trade-Server-Uhrzeit, also danach diese eine Stunde jetzt in dem Fall hinterher. Also deutsche Zeit, mitteleuropäischer Zeit wäre es 8 bis 22 Uhr. Also exakt im Prinzip die Bund-Future-Handelszeiten, die auch an der Eurex gelten. Dann zum Beispiel können wir schauen, die Deutsche Bank, die wird sicherlich nicht die ganze Nacht durchgehandelt, die Deutsche Bank-Aktie. Und da sehen wir, aha, genau, also hier gibt es jeweils 8 bis 12 Uhr und dann 12 Uhr 3 bis 16 Uhr 30. Also gibt es hier um die 13 Uhr Mittagsauktion, gibt es ein paar Minuten Pause und dann ist 17.30 Uhr deutscher Zeit Schluss. Es geht los mit 9 Uhr deutscher Zeit, also 8 Uhr Trade-Server-Zeit. Also im Prinzip exakt die Xetra-Sitzung wird hier abgebildet, mit Ausnahme der Mittagsauktion. Ja, und genauso können Sie zum Beispiel Euro-Dollar schauen. Da wird es natürlich rund um die Uhr sein. Sie sehen, es fängt Sonntag an, 22 Uhr und geht da bis Freitag, 21 Uhr 58. Da ist natürlich dann auch mitten in der Nacht die Schließung möglich. Ist klar, bei den anderen müssten Sie dann im Reserv jeweils bei Market Open einfach nochmal prüfen, ist hier noch was zu tun oder nicht. Dieser MFX-Gewinnziel.EA ist ab sofort für Sie verfügbar auf unserer Webseite www.mindfulfx.de und dann forward slash Gewinnziel.EA Gewinnziel.EA Ja, und hier sehen Sie nochmal alle Details beschrieben des EAs und da können Sie es nochmal ganz in Ruhe durchlesen. Ein paar nette Worte über MFX gibt es auch. Da können Sie hier unten entweder die reine EA-Programm-Version für 39.95 beziehen oder aber die Programm-Version, die auch Ihnen den Code mitliefert, damit Sie selber Anpassungen machen können, ein bisschen MQL4 lernen können, falls gewünscht. Und die gibt es für 79.95. Einfach dann auf jetzt kaufen klicken, auf die Version Ihrer Wahl und dem Checkout-Prozess, dem Bezahlprozess folgen. Vielen Dank für Ihr Vertrauen. Ich wünsche Ihnen alles, alles Gute in Ihren Trading-Aktivitäten. Ihr Christoph Ensslin von Mindfulfx, Ihrem EA-Programmierer.